hallo liebe community heute mal ein außergewöhnliches video ich bin euch noch die drei gewinner vom buch online marketing konzeption schuldig das päckchen mit den drei büchern ist gerade gekommen und hier habe ich quasi die ermittlung der gewinner vorbereitet das ist ein ausdruck von allen die mitgemacht haben und ich werde jetzt die gewinner ermitteln und ihr könnt dem live beiwohnen damit ihr auch seht dass ich nicht gemogelt habe indem dass ich ein geldstück oder genau genommen drei geldstücke okay mit links ist das schwierig mit links ist das super schwierig mit links ist das ein totaler flop ich muss mal eben hier die hand wechseln damit das jetzt hier besser gelingt so ein gewinner haben wir das ist kein gewinner da ist der zweite gewinner und da ist der dritte gewinner und die gewinner sind sabine zagelmeier sandra t und pg wer immer pg auch leute schickt mir bitte eure postalische adresse damit ich weiß wo ich mein buch hinschicken darf ich danke euch für die teilnahme an dem gewinnspiel und dafür dass ihr für mich gewartet habt beim tiger award beziehungsweise für mein buch und wünsche euch eine schöne restwoche bis bald mal danke danke